Ein fettes, fettes Danke an Benz Hardware und Dubaro. Denn ich habe mir am Mittwoch bei Dubaro ein Benz Hardware PC bestellt, durchkonfiguriert, weil ich keine Ahnung habe mehr. Und der ist einfach heute schon gekommen, aber er ist so schwer. Das Paket ist auch einfach riesig und ich musste das mit unserer Postfrau bis hier rein zusammentragen, weil die hat es einfach alleine nicht wegbekommen. Und ich muss jetzt echt mal gucken, ob ich das bis ins Dachgeschoss hochbekomme hier alleine. Ansonsten müssen die Jungs mit ran. Alter, das ist immer so schwer. Ich kenne das nicht. Meine alten PCs waren nicht so schwer. Ich habe keinen Plan, was ich hier bestellt habe. Oh mein Gott, ich habe es endlich hoch geschafft. So, und eigentlich soll der da jetzt hin. Kabelbinder sind heute übrigens auch gekommen, aber da soll er eigentlich hin. Gucken wir mal, wie es hier drinnen so aussieht. Okay, das ist mächtig. Okay, und allein die Grafikkarte ist schwerer als mein alter Computer. Der alte steht übrigens hier, der nicht mehr geht, also das war was ganz anderes. Okay, was haben wir hier noch? Okay, also da ist er. Wiegt natürlich ein bisschen was. Okay, schauen wir mal, wie ich den jetzt hier rauskriege. Okay, ich bin mächtig beeindruckt, hätte nie damit gerechnet, dass das so ein Riesenteil ist. Ich bin ehrlich. Morgen mache ich den auf, nehme das Zeug hier raus, baue die Grafikkarte ein, denn die war zu schwer, um die schon vorher reinzubauen. Und dann nehmen wir den in Betrieb. Alter, ich freue mich wirklich drauf, aber ich bin gerade geflasht, ich kann gerade nicht.